moin meine lieben und willkommen zurück wir befinden uns immer noch unten im urtempel von peter und dort werden wir jetzt auch weiter forschen müssen die drei kugeln finden um dieses gerät eingang zurückgekommen und wir gucken okay hier drin in dieser kultur so eine scheiß schlüssel für die truhe okay ja hier kann man nicht rein oder durch genau zurück dass wir sehen haben ok also ich habe eine bombe entpacken das machen wir jetzt mal da kommt man weg da leute das ist eine bombe recht uncool wenn ihr da bleiben würdet so hinein das buch hat man schon gelesen das ist eine der drei sphärten ok holen wir uns so müssen wir rüber also ob hier irgendwas ist, wo man irgendwo drankreien kann, das kann man aber gar nicht. Okay, das geht nicht? Okay, wie kommen wir da rüber, ist die Frage. Wann eine Seite stehen da? Vielleicht, warte mal, wir suchen mal. Perfekt. Das war mir doch nicht so schwer. So, eine Kugel haben wir. Natürlich wird ja auch zurückkommen, ne? Irgendwie nicht so schwer. So, wir wollen eine Kugel schon mal hinlegen. Wenn sich noch irgendwas anderes regt gleich. Nö, aber wir können doch mal da reingehen. Sind schon noch andere Wege da? Oder auch nicht? Noch nicht einfach rein? Ist da noch was anderes irgendwie? Wollen wir da hinterher noch irgendwas zu übersehen haben vielleicht? Ist nichts zu sehen. Na, guck mal hier. Der hat mal den Haken weggemacht. Äh, hier hinten die Bombe hingeworfen. Dann sind wir noch so rübergekommen. Dann klick mal trotzdem eine Bombe hier hin. Dann klick mal kurz. Dann klick mal kurz. Dann klick mal kurz. Und mehr ist hier nicht zu sehen, ne? Die Kugel haben wir. Anderes ist ja nicht okay. Gut. Warten mal kurz. Gehen wir mal rüber. Gibt's hier noch irgendwas anderes, was wir machen können. Oder warte mal. Gib mal die Kugel her. Ach, die kann ich nicht mehr aufhören. Wenn ich einmal gelegt hab, dann liegt sie. Okay. Ich dachte, ich könnte vielleicht hier noch irgendwas machen. Aber anscheinend nicht. So, wir müssen mal hier die Kralle hinpacken. Und gehen wir noch mal hier rein. Den, was wir ja übersehen haben. Muss ja noch irgendwie einen anderen Weg geben, ne? Mit Schlüssel zum unteren Eingangskurkumsvampirta. Das machen wir nicht. Kann man da immer durchschießen? So aus, ne? Hä? Kann das sein, dass es hier jetzt gar nicht weitergeht? Irgendwas haben wir übersehen, glaub ich. Irgendwo müssen wir noch eine Schlüssel herbekommen. Irgendwas anderes. Oder kann man hier draußen auch noch was machen? Ich mein, das ist ja, wenn wir hier rausgehen, sind wir ja draußen. Dann hat das ja nichts mehr mit dem... Ne, das glaub ich nicht. Ich glaub, wir müssen hier drin bleiben. Ach, da oben, guck mal. Komm ja auch noch irgendwie hoch. Aber die kommen wieder hoch. Ich find da so eine Tür. Also eine Kiste. Haha. Hab ich gerade eben gar nicht gesehen. Ist da ein Schlüssel drin? Komm rein. Ja, toll. Wir versuchen die dritte Kugel zu bekommen. Perfekt. Auch gar nicht so schwer, ne? Wir müssen leider abschießen. Sonst wird das nichts. Gucken, was haben wir denn hier an Munition. Den nehmen wir, ne? ά Herr Fertann bizen. Heiss! Das sind lost. ich kann auch eigentlich ja komm schon mal weg wir kommen trotzdem können die nice things machen und darüber eiern da kann ich deine mitte kann ich auch stehen was ist das Ding ist es ein Fisch was ist das Ding? Ist es ein Fisch? ja so andere Munition was können wir mit dem elektromischen Aussage gefecht setzen das war der letzte von ihnen ok wir müssen den Schalter da drüben haben müssen wir einen anderen Schuss aussuchen einfach nur weil komm ich da hoch oder komm ich da nicht hoch wegen der Wassersteuerung ok ok jetzt senkt sich das Wasser das ist ja irgendwie da unten ist die Kugel das ist natürlich ganz cool ok aber die Schöre steigt auch wieder ok ähm wir müssen den Schöre senken oder so sein ok 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 hey das ist eine andere der Power Späer jetzt müssen wir einen Weg finden um es zu hoch zu hoch jetzt können wir schon hin gehen wir mit so wie kriegen wir die hoch gute Frage die zweite Frage ist wie komm ich da wieder hoch da muss ja ein Ring da hoch kommen aber ne ne nicht schießen ich bin zwar da oben aber wir kommen hier auf die andere Seite rüber muss ich ja dann irgendwas hinschießen oder so das Wasser wieder steigt oder ja obwohl kann ich nicht vielleicht sagen ok sie kann es ok das ist schon mal gut ähm dann würde ich nämlich das diese blöde Kugel auf ne perfekte Eisplacke Trin 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 das ist eine kugel mit kurz mal eis schulden schuss hier das bringt nicht jetzt so und jetzt hat sich den schalter auch mit machen wahrscheinlich jetzt müssen wir doch eigentlich umdrehen und zum schalter guckt wir haben noch platziert mal hier die kugel also schon wieder weg naja verdammt ich dachte dass die idee wäre gut aber die ist eigentlich scheiße trin trin so nicht kurz überlegen wie kann man denn sonst da hochbekommen es wird einfach zu klein so schnell bringt nichts da gibt es noch eine viel einfache lösung hier aufschließen das klappt nicht okay ich bin ja hier etwas ist er setzen können uns da rein zu so war mal jan so Ah, okay, okay, okay. Ich muss nur einfach mal gucken, wo die Umquellen sind. Ja, da ist ja auch, Mann, wie dumm bin ich denn? Okay. Okay. Das war's für heute. Nun geht ihr alle runter, ihr Spacken. Ja, danke, ich gehe mal hoch, ich will andere Ding sein. So, das sieht ja schon besser aus. Jetzt können wir da hochkommen. Hm, aber trotzdem haben wir immer noch nicht die andere Kugel hochbekommen. Ja. 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 Ja, ja. ok sind wir hier dann wieder am anfang und viel leben verloren weht sich was ok Okay, lass uns ein bisschen länger spielen. Hier ist der dritte. Äh, wo ist denn die... Oh! Ah, ist ne Kugel, okay. Komm dann da rein. Hm... Ich will jetzt auch nicht, was wir hier machen sollten. Wir werden aber nicht schwimmen. Dann kommen wir wieder hier hin. Hm. Da ist ein Schalter. Wollen wir zum Schalter hin irgendwie? Ne. Okay. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Oh, der... Nimm mal, der blöde Heini. Schnell, schnell, schnell. Ruch da. Hm, hm. 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 Kann man dagegen schießen? Hm. Hm. Ich weiß nicht was. War ja vielleicht. Ich weiß. Was macht er denn? Das ist egal. Ich weiß auch nicht wofür das ist. Müsst du ihm. Das lege ich noch nicht ganz so durch. Warte mal. Mal kurz gucken, also schon irgendwas von Leitungssystem. Hier ist ja ziemlich viel Wasser unten. Hier steht Leitungsrohr für goldene Kugeln. Da kommen wir nicht rein. Da sind wir gekommen, glaube ich. Dann schalten wir mal so tätig. Gehen wir mal hier rein. Hat sich hier irgendwas verändert? Oh nein. Gehen wir mal hier nach hinten. Dann können wir hier auch reingehen. Guardian of the Beacon. Ja. 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 Ich bin ganz nett. Da kann ich mir mal helfen. Ey. Ja. 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 schon wieder scheiß schalter also soll aber nicht kämpfen und schalter bereich und nein dieser scheiß schalter machen überhaupt kein schaden das leben hier das macht ihr bitte wenn ich leben und zu sterben die man schuss in der pfeil hat ihn überhaupt nicht die grünen schatztruhe das ist schon mal gut ja aber ich danke heute mache schluss wieder fürs zuschauen und er ist zur nächsten folge und Untertitelung des ZDF, 2020